Einen Kaffee bestellen auf Deutsch. Einen Kaffee, bitte. Ich hätte gerne einen schwarzen Kaffee. Ich hätte gerne einen Kaffee mit Milch. Mit Sojamilch, bitte. Für mich einen Cappuccino, bitte. Ich nehme einen Espresso. Was trinkst du am liebsten? Schreib es in die Kommentare. Lerne Deutsch, Deutsch, Deutsch. Lerne Deutsch, Deutsch, Deutsch. Lerne Deutsch!